Eines der spannendsten Konzepte, das die Wissenschaft im 20. Jahrhundert erfunden hat, ist die Idee des Quantums oder des Quantensprungs. Korrekt spricht man von einem Quantum der Wirkung. Wirkung ist dabei eine merkwürdige Größe, die aus Energie und Zeit sich zusammensetzt. Und entdeckt hat das der Physiker Max Planck etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er hat es zum ersten Mal vorgeschlagen im Jahre 1900. Planck wollte damals etwas scheinbar sehr Einfaches erklären. Nämlich das, was passiert, wenn man meinetwegen einem Metall oder einem festen Körper Wärme zufügt, immer mehr Wärme, bis er anfängt zu glühen. Erst rötlich, dann gelblich, dann weißlich, bevor er sich dann auflöst. Und die Frage ist, kann ich das Entstehen dieses Lichtes, dieser Farben durch die Physik erklären? Und es gab da Theorien, die erklären konnten, was am Anfang passiert. Es gab Theorien, die konnten erklären, was am Ende passiert. Aber es gab keine physikalische Theorie. Die konnte durchgängig diese Strahlung, die durch Wärmezufuhr eines Körpers erzeugt wird, erklären. Bis Planck sich etwa im Ende, ganz spät im 19. Jahrhundert dieser Frage annahm. Und dann im Jahre 1900 durch genaue Überprüfung von Messungen fand, wie man diese beiden Erklärungen von links und rechts oder von kleinen zu großen Wellenlängen verbinden konnte. Und das ging mit Hilfe einer diskontinuierlichen Größe, die er ein Quantum der Wirkung nannte. Er musste annehmen, dass die Energie des Lichtes, die von den erwärmten Körpern ausgeht, in kleinen Päckchen abgegeben wird. Nicht kontinuierlich, sondern in Päckchen. Und diese Energie ist gegeben durch die Frequenz des Lichtes und durch eine zweite Größe, die eben diese Konstante ist, die Planck eingeführt hat, das Quantum der Wirkung. Und da hatte man plötzlich so etwas wie Quantensprünge. Und diejenigen Elemente oder Gebilde in der physikalischen Welt, die diese Quantensprünge ausführen, sind die Atome. Man muss sich jetzt oder darf sich immer noch in diesem Aspekt die Atome in einer einfachen Weise vorstellen, dass da ein Atomkern ist, um den Atomkern herum, dann irgendwie die Gebilde, die wir Elektronen nennen. Wir können uns für die Anschaulichkeit halber ruhig vorstellen, dass sie in einer Quantenbahn unterwegs sind. Es verbessern, wenn man stellt sich vor, dass die Elektronen so eine Art Wolke um den Atomkern herum bilden, dass sie so Aufenthaltsbereiche haben. Und diese Aufenthaltsbereiche gehen nicht kontinuierlich ineinander über, sondern nur sprunghaft. Man kann gewissermaßen, wie das einer mal freundlich formuliert hat, schwuppdi-schwupp und mit Elan auf die nächste Quantenbahn springen. Aber man kann nicht zwischen zwei Quantenbahnen, man kann nicht zwischen zwei solchen Zuständen sein. Und dabei kommt es eben zu einem Quantensprung, bei dem Licht ausgesendet wird. Wenn ein Atom einen Quantensprung macht, dann wird dabei Licht generiert, was im Übrigen ein rätselhaftes Phänomen ist. Tatsächlich, wenn es jetzt diese Quantensprünge der Atome gibt, dann kommt das Licht in Form von Quanten. Das Licht ist selbst dazu auch in Form von Quanten. Und das ist jetzt eine merkwürdige Konsequenz wieder. Das ist immer so das Problem in der Physik. Wenn Sie ein Problem lösen, taucht ein anderes auf. Das ist manchmal gravierender. Und das Problem, was jetzt auftaucht, ist, wenn dann das Licht durch einen Quantensprung des Atoms ausgesendet wird, dann besteht das Licht ja selbst auch aus Quanten. Aber 100 Jahre vorher hatte man bewiesen, dass das Licht nicht aus Teilchen, aus Paketen besteht, sondern eine Wellenbewegung ist. Und das gilt auch nach wie vor. Und jetzt hat man plötzlich gemerkt, den Quanten die Entdeckung gemacht, dass Licht sowohl eine Wellenbewegung sein kann, das wusste man vorher, als auch eine quantenhafte Teilchenform annehmen kann. Und das wusste man jetzt. Und derjenige, der das entdeckt hat, im Anschluss an Max Planck, war Albert Einstein. Und dabei hat Albert Einstein sofort erkannt, was er eigentlich entdeckt hat. Nämlich, wenn das Licht Quantennatur hat, wenn das Licht durch Quantensprünge der Atome entsteht, wenn das Licht also selbst aus Lichtquanten besteht, nicht nur eine Welle ist, dann kann ich zwar sagen, dass das Licht einmal Welle und einmal Teilchen ist, aber ich kann nicht mehr sagen, was es wirklich ist. Denn wenn etwas sowohl Welle als auch Teilchen sein kann, dann weiß ich eine ganze Menge über dieses Etwas. Ich weiß nun nicht mehr, was es ist. Aber das Quantum hat noch eine andere Konsequenz. Das Quantum ist nämlich das Minimum, was ich mit einem Teilchen in Wechselwirkung eingehen muss, um es überhaupt festzustellen. Das heißt, wenn ich ein Atom betrachte oder wenn ich einen Lichtstrahl betrachte oder wenn ich irgendein Objekt betrachte, dann kann ich das nicht ohne Kosten tun. Ich muss mindestens eine Wechselwirkung mit dem eingehen. Und diese Wechselwirkung ist jetzt nicht mehr beliebig klein, sondern sie muss ja in Form dieser Quantensprünge, in Form dieser Quantenhopsereien zustande kommen. Und wenn jetzt die Eigenschaft eines Atoms durch seinen Quantenzustand gegeben ist, dann würde das bedeuten, dass in dem Moment, wo ich es betrachte, genau den Quantenzustand, den ich betrachten will, aufgebe. Das heißt mit anderen Worten, das Atom hat eigentlich überhaupt nicht den Zustand, den ich messe, bevor ich diese Messung mache, denn ich ändere es ja gerade in dem Moment. Und das hat zu der Insgesamt der Einsicht geführt, und das ist die merkwürdigste, subtilste, raffinierteste, philosophisch spannendste Konsequenz der Existenz dieser Quantensprünge, dass die Atome wahrscheinlich überhaupt keinen Zustand haben, solange ich nicht als Beobachter mit meiner Messapparatur oder mit meinen Augen oder mit meinen Füdern komme und dann ein Quantum auf das Atom loslasse, durch das es dann seinen Zustand einnimmt. Das heißt, es war vorher in einer merkwürdig unbestimmten Form und ist dann bestimmt durch meine Messung. Und dabei gibt es dann die Möglichkeit, einen uralten Begriff wieder in seine Wertigkeit zurückzuführen. Das Wort Atom war ja ursprünglich gemacht worden, um etwas Unteilbares zu schildern, und gemeint waren die letzten Einheiten der Materie, die Atome, von denen wir jetzt wissen, dass sie nicht unteilbare Teile der Materie sind, sondern Elemente enthalten, die Quantensprünge machen können. Aber es ist etwas anderes entstanden. Ich weiß nämlich über das Atom nur dann etwas, wenn ich es durch eine Beobachtung zu einem Quantensprung verführt habe. Mit anderen Worten, das Atom ist neu geschaffen worden, aber es ist nicht mehr das Atom selbst, sondern es ist das Atom mit mir. Der Beobachter und das Atom ist nun das Atom. Es ist das Unteilbare, das in der Welt existiert. Das heißt, die Atome existieren nur durch mich und ich existiere nur durch die Atome, denn das ist ja auf jeden Fall auch richtig. Die Welt besteht aus Atomen und damit bestehe ich aus Atomen, aber die Atome sind nur das, was ich gewissermaßen in ihrer Form bestimme, was ich gewinne. Und das ist verstanden durch diese merkwürdige Einführung dieses Wirkungsquantums von Planck im frühen 20. Jahrhundert. Nun, Quantum ist eigentlich ein kompliziertes Konzept. Es ist nur, wie oft passiert, ein Wort geworden, das dann plötzlich in der Umgangssprache populär geworden ist. Seit einigen Jahren oder vielleicht schon Jahrzehnten ist es schick und modisch geworden, von Quantensprüngen zu sprechen. Die Regierung macht Quantensprünge im Steuerrecht. Jede Firma macht Quantensprünge in ihren Umsätzen. Und man hat das Gefühl, dass dabei etwas ganz Tolles stattfindet. Tatsächlich ist es so, wenn man das Wort ernst nimmt, und wir können es ja mal hier für den Fall ganz ernst nehmen, dass der Quantensprung das Schlechteste ist, was ein Unternehmen machen kann. Denn ein Quantensprung ist das Kleinste, was die Natur kennt. Der Quantensprung geht meistens nach unten in einen Zustand, weil die Energie wird abgegeben und verpufft in irgendeiner Form. Die wird dann von anderen aufgenommen. Das heißt, mit anderen Worten, ein Unternehmen, das einen Quantensprung macht, landet im Grundzustand, in dem sich nichts mehr ändert. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen kennen, dessen Leiter Physik studiert hat, und er verspricht Ihnen einen Quantensprung, verkaufen Sie sofort die Aktien. Oder wie man neulich mal sagte, wenn ein Politiker Ihnen einen Quantensprung verspricht, dann meint das zum ersten Mal ernst. Denn im Grunde genommen passiert dann nicht sehr viel. Also das ganze System geht nur auf diese Weise nach unten. Interessant ist aber trotzdem, dass mit diesen Quantensprüngen eine Unstetigkeit in die Natur hineingekommen ist und ein uraltes Prinzip durchbrochen worden ist. Und das hat Planck auch am meisten gewundert. Man hat bis dahin immer gedacht, dass die Natur keine Sprünge macht, dass es in der Natur immer alles ordentlich und kontinuierlich zugeht. Denn das ordentlich und kontinuierlich heißt auch, dass für alles eine kausale Erklärung gefunden werden kann, für jede Änderung eine kausale Erklärung gefunden werden kann. Und das Merkwürdige ist, dass es für diese Quanten selbst keine Erklärung gibt. Der Quantensprung kann irgendwann stattfinden, der Quantensprung kann zu irgendeiner Zeit durchgeführt werden. Und wir haben manchmal gar keinen Hinweis darauf, nach welchen Kausalitätskriterien das stattfindet. Es findet einfach statt. An dieser Stelle kann man ganz eindeutig zeigen, dass es in der Natur Prozesse gibt, die keine konkrete Kausalität hinter sich haben. die einfach nur stattfinden. Das heißt, die Natur ist nicht nur kausal zu erklären, sie ist auch kontingent zu erklären oder andersrum. Man muss sie auch durch ihre Form erklären. Das heißt, es gibt Bereiche in der Physik, die ohne Kausalität verstanden werden können. Was aber noch spannend ist, auch am Quantum, ist, es erklärt trotzdem fantastische Dinge, nämlich, wieso überhaupt Atome stabil sein können. Denn wenn Sie sich jetzt noch mal ein Atom in irgendeiner einfachen Form vorstellen, mit dem positiv geladenen Kern in der Mitte und irgendwelchen negativ geladenen Elektronenhüllen um Sie herum, wabernd oder dynamisch vibrierend, dann ist es so, dass immerhin die Elektronen in ihrer Bewegung eine bestimmte Beschleunigung erfahren. Und die Physik sagt, wenn eine Ladung im Umfeld einer anderen Ladung eine Beschleunigung erfährt, dann gibt sie Energie ab. Und vom Standpunkt der alten Physik, die ohne Sprünge auskam, ist die Stabilität eines Atoms nicht zu erklären. Erst vom Standpunkt der neuen Physik mit dem Atom, mit dem Quantensprung, ist die Stabilität der Physik zu erklären. Denn in dem Moment, wo ich das Quantum einführe, kann das Atom, kann die Elektronenhülle sich nicht beliebig verändern. Sie braucht einen Zustrom von außen, sie braucht einen Eingriff von außen, sie braucht eine Energielieferung von außen, um überhaupt einen Sprung machen zu können. Und solange das nicht passiert, ist die Welt stabil. Mit anderen Worten, das Quantum erklärt, dass es uns überhaupt gibt. Und das ist doch wenigstens etwas, also was wir Planck für danken sollten. Vielen Dank. Vielen Dank.